Jo, Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppel-Zi. Willkommen zur neuen Runde Varo 4. Team Quasi-Dodos am Start mit Tenendo. Hallöchen. Und dem E-Doppel-Z. Und wir starten rein in 3, 2, 1. Boom, Leute. Letzte Folge haben wir es geschafft, einen Zaubertisch zu craften. Mal kurz gucken, ob jemand auf dem Server ist. Nein, nur wir. Keiner am Stecksel, ne? Achso, wir sind ja noch 10 Sekunden. Genau, wir können ja nichts machen. Ich hab so Bock, Alter. Das macht so Bock, Junge. Ja, ja. Das ist geil, mal zu überleben, so ein bisschen länger, ne? Oder warte, warte, warte. Lass den einen Ofen mal stehen kurz. Ja, der ist noch am Brutzeln, ne? Ja, ich hab noch Fleisch hier. Warte. Oh. So, dann braten wir am besten jetzt alles mal kurz, bevor wir gehen. Ja. Wir haben uns vorgenommen, jetzt eine Weile nochmal wegzulaufen, weil wir sind viel zu nah an der Mitte, hab ich das Gefühl. Ähm. Und deswegen nutzen wir die Chance, dass wir alleine sind, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen. Mehr oder weniger. So, warte, was brauch ich denn noch nicht? Theoretisch können wir auch, wenn wir so gegen Mops kämpfen, mit dem Steinschwert an und nicht unser gutes Eisenschwert verzaubertes, ähm, unbedingt verbrauchen. Wir machen Goldapfel. Äh, Gold komplett außenrum und Apfel in die Mitte. Achso, äh, an der Working Bench? Genau, ja. Ja, die hast du, glaub ich. Okay, dann mach ich das später. Ja, dann können wir das später machen. Hui, hui, hui. Ja. So, Eisenspitzhack ist auch fast kaputt bei mir. Sag, wenn du ready bist, dann machen wir uns direkt auf den Weg. Wir müssen direkt los. Wir können das auch noch sonst da machen. Ja, ich hab, ich brate das eine Fleisch noch und dann nehmen wir mit. Den Rest können wir da braten. So, äh, Ofen mitnehmen und dann geht's los. Ich hab sogar ein paar Pfeile. Ich könnte mir sogar auch einen Bogen noch machen. Ich könnte mir echt einen vernünftigen Bogen, aber machen wir später. Du bist am Start. Warte, hier, dann nimm den Bogen so lange. Ist das ein kaputter? Ja, also fast kaputter. Ja, der saß meiner noch weniger kaputt sogar. Achso, du hast auch einen. Ja, ja, ich hab auch einen. Gut, dann los. Es ist noch Tag. Wir haben ein scharpenes Einschwert, was sehr gut ist. Ja, sehr gut ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist schon mal befriedigend, würde ich sagen. Okay, sehr gut. Ja, okay, ich hab doch sehr gut gesagt. Hier sind Pferde. In welche Richtung wollen wir... Hier sind Schweine, oder? Ja, hier ein Schwein. Schweine können wir braten. Nicht kaputt machen. Danke. Oh, ah ja. Davon ist ganz viele. Nice. Die können wir alle braten. Bratung. Braten. Soll ich den... Schweini! Hey, das klappt irgendwie nicht mehr. Okay, wir lassen es sein. Dann, bevor wir jetzt gar kein Fleisch haben. Hey, was ist denn das? Oh, ich brenne. Okay, jetzt fällt das Schwein nach... Oh, da ist... Hier geht's drunter. Hey, klappt das nicht mehr? Bin ich verwirrt? Was ist denn das für eine Minecraft-Action hier? Ich weiß es nicht. Hier sind auf jeden Fall Esel. Da ist noch Fleisch. Oder ich glaub, die darf man nicht verbrennen lassen und muss die dann töten? Ich hab, äh... Alter, ohne Witz, ey. So darf man echt nicht aussprechen. Das ist echt peinlich. Ja. Egal. Wir gehen weiter. Da vorne sind Kuhis. Nee. Ich check das mal. Ich check das jetzt mal, ob das klappt. Check, check, one, two. Stirb? Nö. Nee. Okay, da mach ich jetzt gar nichts mehr. Da mach ich jetzt gar nichts mehr. Neue Version vielleicht. Wir spielen ja auf der 189 hier gerade. Dann liegt das vielleicht echt daran, ne? Ich hab echt schon zu lange anscheinend kein Minecraft mehr gespielt. Ja, aber nicht auf der ganzen neuen Version, aber... Pferde geben nichts, hab ich richtig im Kopf. Pferde geben nichts, richtig. Aber du kannst auf jeden Fall mal... Achtung, da kill ich dich. Hä? Nö. Ich kann aber schon hitten. Wir sind die Besten in dem Spiel hier. Das stimmt. Boah, Alter, hier geht's schon... Relativ tief runter. Ja, hier ist auch irgendwo die Schlucht, wo sich gerade zum Beispiel Mr. Moorgame oder... Ich weiß nicht, Sturmwaffel, hab ich nicht geguckt, aber ich glaub, die sind denen auch verschlichen irgendwie. Okay. Deswegen sollten wir uns definitiv, oder? Ich weiß nicht. Hier ist auf jeden Fall ein verrücktes Gebiet. Ja. Und viel... Oh, warte, töten die mich wirklich? Nee. Nein, nee. Die können dich, glaub ich, angreifen, wenn du die angreifst. Ja, ich hab aus Versehen... Also, den hast du auf jeden Fall mal an einem Pferd gestorben. Oh, super. Also, die Hasen kann man sich sparen. Die geben irgendwie nicht so geiles Fleisch. Ja. Doch, Hähnchen. Was? Die hast zwei Fleisch gegeben. Aber es sind voll verschiedene. Hä? Echt? Egal, ja. Schmeckt ja auch wie Hühnchen, Hase. Kaninchen. Da oben sind noch Kuis. Kuis. Oh Gott, ich bin grad echt zu blöd zum Laufen. Aber ich hab auch die ganze Zeit Hunger, ey. Ich muss echt... Man verbraucht echt so viel Essen. Gut, dass wir uns jetzt gut was reinsammeln hier. Davor sind auch richtig viele Kuis. Ja, dann lass uns nochmal die Kuis mitnehmen und sollen wir uns dann hier reinbauen? Und da oben geht's irgendwie rein oder so? Ja, ja, ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Blubbediblub. Blubbediblib. Hallo, Kuhu. Du bist echt ein geborener Fisch. Ich bin ein geborener Fisch, ja. Ich ess auch keinen Fisch. Also ich bin auch kein Kannibale. Krass, nice. Weil ich keinen Fisch mag. Heftige Aktion auf jeden Fall. Bist du die ganze Zeit eigentlich am Boxen mit deinem Eisenschwert? Oh, oh ja. Ups. Weil das kann man sich bei den Mobs echt sparen. Kann man eigentlich einfach nur Steinschwert nehmen. Hast du recht. Ich nehm einfach die Axt. Ich hab nämlich kein anderes Schwert mehr gerade. Sollen wir da oben reingucken? Wo rein? In dieses geile da oben? In das geile? Ja, lass mal ins geile gucken. In das geile Loch. Ins geile Loch gucken. Ja, das ist natürlich relativ auffälliges Hochstacken, was du da machst. Runter, 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 okay. Ja, ich weiß nicht, wie risky das jetzt wirklich ist. Ey, hier ist ja gar nichts im geilen Loch. Das ist einfach nur so quasi ein Grafik-Bug. Dann machen wir da ein geiles Loch draus. Das ist ja nix. Ja, warte, hier vorne sind noch ein paar Kuhis. Dann nehmen wir da noch ein paar mit. Okay. Ah, doch, hier ist auch noch ein ganz geiles Loch eigentlich. Geile Löcher sind auf jeden Fall auch immer ein Spezialgebiet, muss ich gestehen. Nice, okay. Aber was ist denn hier? Das sieht hier interessant aus. Das ist auf jeden Fall ein sehr prägnantes Gebiet und das sieht aus... Äh, da oben hat sich glaube ich keiner... Ne, glaube ich nicht. Sollen wir nochmal die Bäume hier fällen für Äpfel? Äh, ja, kannst du mal machen. Hier hat sich glaube ich einer hochgesteckt. Oh. Sieht ein bisschen so aus. Hier unten geht's rein in eine Höhle. Ja, okay, die ist dunkel noch. Äh, okay, warte mal. Das könnte... Ich weiß nicht, ob das hier... Mal kurz gucken. Aber es sieht nicht so aus. Entweder mit Cleanstown zugebaut oder hier war noch keiner. Guck du mal, Oma. Ich mach die Bäume weg. Oh, sieht echt ein bisschen crazy aus. Mhm. Ich glaube, hier ist aber nix. Okay, wir müssen echt Gas geben. Ja, komm, dann scheiß auf die Bäume. Das ist einfach hier runter. Wir reden über dasselbe runter, ne? Okay. Wie bitte? Wir reden über... Oh, hier ist einer mit einer Mitte. Weißt du, wo ich bin? Ja, du bist... Ah, hat er nicht gedroppt. Du weißt, wo ich bin? Du bist doch gerade hier hinten bei dem Skelett. Ja, guck mal hier in die Ecke. Guck mal hier, hier bin ich. Hallo. Hier, andere Seite. Zur Wand hingucken. Andere Seite. Lol. Siehst du mich? Da kommt Thaddeus da hinten. Okay. Ach, da willst du runter. Okay, warte. Dann machen wir zu hier. Ich gebe einfach Vollgas beim Runterstecken. Letztes Mal fanden die Leute das ganz lustig, wie ich mich runtergebaut habe. Aber ich finde, es geht irgendwie am schnellsten. Okay, machen wir so. Mal so tief bauen, dass man keinen Fallschaden bekommt, einfach. Ja, so. Soll ich nach oben hin was hinbauen? Aber ich habe keine... Ja, mach ruhig zu mit Erde. Ich habe keine Erde mehr. Hast du meine Erde noch? Ja, ich bin so weit unten jetzt mittlerweile. Bau dir irgendwie sowas ab vielleicht, dass man das... Ja, dann sieht man ja so. Oder ich gehe raus und baue Erde ab. Ja, ja, das meine ich ja. Ah, okay. Ja, warte dann. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Okay, ich habe hier nochmal Eisen. Nice. Eisen ist auf jeden Fall unser Goal. Life-Goal ist Eisen. Der Junge, der wartet hier vor der Tür. Da hätte ich rauskommen, der Arsch. Oh, fick dich doch. So, was macht man? Ich wollte nicht ficken, ich sage, Entschuldigung. Kann ja wohl nicht wahr sein. Tut mir leid, ist... I'm so sorry. Na, 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 sorry. Mega gut. Krass. Das hätte ich gar nicht erwartet von dir. Ja, ich bin... Ich bin Sänger-Talent. Ich bin Sänger-Talent, Alter. Ja, ich habe auch bei diversen Castingshows schon gebaut. Du weißt ja, wo ich rein bin, ne? Du musst da einfach nur noch straight runter, theoretisch. Ja, ja, ich habe... Ich war ja gerade schon bei dir, aber ich habe jetzt noch Erde abgebaut. 30 Erde sollte reichen. Weil ich bin echt schon so tief halt, aber... Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Jetzt sag mir nicht, ich habe oben Eisen vergessen. Oh, ich bin so dumm, Alter. Äh, ich glaube... Ganz klug hier. Zack, zack. Kann sein, dass da oben irgendwo auf einer Mittelstation quasi irgendwo noch Eisen ist, was ich vergessen habe abzubauen. Also, weil ich mein Inventar voll, weil ich dumm kopf. Also, rumliegt oder... Ja, ja, was rumliegt, was ich schon abgebaut habe. Okay, das sollte reichen. Äh, da liegt Andesit. Das ist, glaube ich, nicht das, was du meintest. Ein bisschen Kohle gönne ich mir ja noch. Da! Ja, hast du? Ja. Okay, sehr gut. Eisen ist das, was wir präferieren. Ja, Eisen ist jetzt gerade echt richtig wichtig. Und Dias werden vielleicht auch nicht übel. Dias, ja, Dias werden was Schönes. Da war jetzt kein Eisen. Okay. Dias Mio. Oh, da bist du ja. Dias Mio. So, ich habe ein bisschen zugebaut, damit wir jetzt nicht direkt entdeckt werden. Nicht wahr? Das ist eine ganz gute Idee. Ja, mach mal, mach mal. Ich folge dir einfach unauffällig. Eisen. Willst du einfach Eisen abbauen? Ja, ja, ich baue. Hier ist auch direkt Gold. Kannst du auch abbauen? Mach ich. Oh Gott, ist ja viel. Geil. So, oh geil. Ja, wir brauchen auch Ordnung. Oh, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Hast du noch? Ja, eine Stein habe ich noch, aber dann brauche ich gleich eine Eisen Spitzhacke für Gold. Ah. Ja, man kann halt theoretisch auch Höhlen suchen. Ich habe ehrlich gesagt bei den Höhlen ein bisschen Angst, dass man da irgendwie auf andere trifft. Ja. Ähm. Oder dass es zu offensichtlich ist. Alles, ja. Das soll es machen. Aber ich mache mir nur mal eben ein Löchlein zum Reinmachen. Ja, oh ja. Mach dir mal ein Löchlein zum Reinmachen. Das hört sich gut an. Oh yeah. Das weg, das weg. Das weg. Ich habe Kaninchenfell. Brauchen wir das? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste nicht, wofür. Kartoffel habe ich auch. Hm. Die Kartoffel bitte her. Die kannst du braten, dann ist lecker happy. Lecker, schappi, happy. So, ich wollte eine Spitzhacke machen. Oh, hier ist nochmal Redstone. Ich denke schon drüber nach, ob es Verschwendung ist mit der Dia-Spitzhacke hier die ganze Zeit. Aber wir müssen ja auch Gas geben eigentlich. Und ich meine, die Dia-Spitzhacke brauchen wir sonst ja überhaupt nicht mehr. Ich meine, wenn ich hierfür benutzen, wofür dann, ne? Weil Obsidian brauchen wir nicht mehr. Oh, hier ist so viel Gold. Wir brauchen echt kein Obsidian mehr, ne? Ne, Obsidian brauchen wir nicht. Ich habe Diamanten! Echt? Ja! Wie viele? Kannst du abbauen? Hast du noch Eisenspitzhacke? Äh, Eisenspitzhacke, ja, ne? War richtig. Hast du, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 ja! Okay, nice, das ist richtig gut. Hinterm Gold war es. Oh, richtig gut. Ich baue hier nochmal ein bisschen. Ah, jetzt habe ich wieder das Inventar voll. Fuck you. Das heißt, wir haben sieben. Mit einem könnten wir uns schon für einen Brustpanzer machen. Oder wir machen mit den fünf, ja, weiß ich nicht, Schuhe oder so. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade richtig hyped in mir drin. Ich will jetzt auch parallel schon schmelzen, weil ich mache jetzt schon direkt ein paar Öfen hin. Ja. Ich baue jetzt schon ein bisschen weiter durch. Guck mal, ob hier noch Diamanten in der Umgebung sind, aber ich glaube nicht. Das ist mal nicht. Ich komme weiter runter. Ja. Sehr gut. Oh, geil, Alter. Digi, wir haben... Mega nice. So, soll ich dann gleich einen Brustpanzer machen? Oder wie hättest du es gerne? Dann brauchen wir acht Stück, haben wir noch nicht, ne? Achso, oh, acht brauchen wir, scheiße. Da kommt die Ernüchterung. Acht Stück brauchen wir sie, wir sie. Aber verzauberte Diamantschwerter sind auch nicht besser als Eisenschwerter. Ja, ne, ne, lass uns auf jeden Fall auf Rüstung gehen. Auf Rüstung aufzustocken ist mit Eisen so schwer. Ja, also Dias immer stärker als Eisen eigentlich. So wie ich das erfahren habe. Ist nochmal Gold, aber wir haben echt eigentlich schon mittlerweile echt so viel Gold, ne? So viel Äpfel können wir gar nicht finden. So, ich guck gerade mal, ähm, blub, 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 wie? Ich hab auch noch 15 mit, äh, hier die Hälfte darf natürlich da rein. Ist das echt die Frage, ob wir überhaupt die Chance haben, jetzt hier nochmal groß Dias zu finden, wenn du die gerade gefunden hast, aber eigentlich ist das ja... Wow, 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 hier sind die kleinen Viecher, Alter. Boah, Schock meines Lebens, ey. Erschreckt mich bitte nie wieder so. Junge, ja, die kamen irgendwie aus der Wand raus. Ich hab richtig Panik gekriegt, dass sich gerade einer angreift, ey. Ich hab nämlich nur so einen... Ist ja gar keiner da, geht ja gar nicht. Ja, ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, ja, okay. Man weiß ja nie. So, hier und hier mit da. So, ich guck dann mal, äh, dass ich irgendwie... Buttel, Buttel, ja. Du kannst auch aus den Eisen, wenn wir hinten... Ich hab einen Amboss, ja, ja. Genau, dass du da schon mal einen Amboss draus machst. Ja, wir haben genug. Echt? Ja, 31 Eisen. Dann mach direkt schon mal einen Amboss und wir müssen uns ja dann neu auch Eisenschwerter machen, damit wir direkt stärkere haben. Ah, ja, stimmt. Ähm, zack. Und der muss ja dann auch wieder verzaubert werden. Eins, zwei, drei, eins. Ach, Quatsch, ich muss ja erstmal die Blöcke machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins. Deswegen sammle ich übrigens auch die ganze Zeit Redstone, Leute, weil das... Dias, Dias. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fick mich, geil. Acht Stück, Junge. Was ist hier los, Mann? Da können wir uns beide einen Hanischfass bauen, wenn wir noch einen finden. Ja. Das ist ja voll geil. So, ich hab einen Amboss. Wohin damit? Pack hier rein, die Möhre. Nice. Da, rein da. Soll ich jetzt schon einen Hanischfass machen? Ja, was sollen wir sonst damit machen, ne? Ja, ja, hau raus, ey. Zieh an. Je mehr, je besser wir ausgerüstet. Ich mach zwei Schwerter noch. Ja. Hab ich jetzt doch wieder die Walking Bansch weggemacht oder stellst du gerade eine? Ich kann auf jeden Fall einen hier hinstellen. Okay, gut. Okay, das macht... Dinger, das macht schon mal Respekt, Junge. Brust. Brust, Wollscht. Schaube zwei Schwerter, hier. Zack. Dann stell den Tisch noch dahin. Der Tisch steht schon da. Rechts, hast du? Achso, den Tisch. Ach, sorry, der. Den hab ich, glaub ich, weggeworfen eben für Redstone. Ah, ja. Ich hab den für Kaninchenfell, hab ich weggeworfen. So, ich hab den Schwert gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gefunden hast. Ja. Verzauber ich. Haltbarkeit, Verbrennung, Bann. Hab ich. Oder kann ich nochmal raus und wieder rein? Zwei Schärfe Eins-Schwerter hab ich schon. Ja, du kannst raus und wieder rein, aber... Glaube ich schon zumindest. Guck mal, ob ich jetzt was anderes hab. Ich hab ein Schärfe Zwei-Schwert. Ich hab ein Schärfe Zwei-Schwert. Nee, ich hab halt nur Haltbarkeit, Verbrennung, Bann. Echt? Dann musst du, glaub ich, ich glaube, du musst dann craften. Ja, mach Verbrennung einfach. Ich glaube, das kannst du fast wegwerfen oder so dann. Können wir nicht dann das und das andere dann auch noch zusammen? Du kannst die kombinieren, ja. Also, wenn ich jetzt die beiden kombiniere und dann noch eins mach, kann ich die dann auch wieder kombinieren? Äh, ja. Ja, geil. Ich glaub schon, also wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hab ich jetzt Schärfe Eins, Verbrennung Eins. Und wenn ich dann gleich noch ein Schärfe Eins hab, dann hab ich Schärfe Zwei, Verbrennung Eins, oder was? Irgendwie sowas um den Dreh, ja. Ich glaub, ich hab dir Lapis Lazuli gerade hingeworfen. Kannst du mir gleich vielleicht nochmal ein bisschen geben? Ja, ich hab vier... Ich hab dir auch noch ein Schwert, glaub ich, gerade gegeben. Oh, okay. Ach so. Oh, lol. Nein, meine! Mehr Schwerter! Ja, weil ich mach die ganze Zeit echt Schwerter. Okay, ich guck mal, was ich jetzt hab. Schärfe Eins, Haltbarkeit Eins. Kannst du mir nochmal Lapis geben, die Hälfte? Was ist denn... Äh, warte. Neemesis der Gliederfüßer? Was ist das? Ja, scheiße ist das. Oh mein, du wirfst das die ganze Zeit in die Ecke, deswegen bekomm ich das nicht. Du musst das wirklich mal rauswerfen hier. Nein, nicht wieder in die Ecke! Ja, warte. Ich hab... Ich hab... Ach, jetzt... Hier, Lapis Lazuli, hier. Hier. Danke. Also Schärfe Eins mach ich, ja? Ja. Gut. Schärfe Eins. Und jetzt baue ich die alle zusammen, ja? Ja. Ich hab das noch nie gemacht, das ist gerade voll das Highlight für mich. Schärfe Eins, Schärfe Eins. Oh, scheiße, ich hab dir Lapis wieder hingeworfen. Nein, du hast wieder meinen Lapis. Nein, wir werden gekickt. Okay, ich hab, ich hab, äh, ich hab richtig fette Schwer... Oh Gott. Nein, jetzt steht der Verzauberungstisch da! Scheiße. Da müssen wir das nächste Mal direkt nochmal aufnehmen. Das ging viel zu schnell, Alter. Oh nein. Da müssen wir direkt aufnehmen, sobald wir die nächste Folge angestellt haben. Ja, morgen dann. Weil die können's nicht... Die können's nicht... Guck mal, wir sind ja so viel gelaufen jetzt die letzten Folgen, die können nicht herausfinden, wo wir waren. Ja, 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 aber es ist trotzdem mega gefähr... Oh nein. Also Leute, da müsst ihr euch auch ohne Witz keine Sorgen drum machen, weil wir sind ja die... Wir haben hintereinander direkt aufgenommen und sind in der letzten Folge ganz woanders gewesen als diese Folge noch. Ja, ja. Deswegen, niemals wird das da einer finden. Niemals, Leute. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt schnell, sobald die nächste Folge online ist, da direkt wieder drauf connecten, damit wir, Alter, wenn unser Zaubertisch weg wäre, wäre übelst die Katastrophe. Ja. Aber hattest du jetzt auch schon zwei Schärfe-1-Schwerter? Zwei Schärfe-2-Schwerter? Also ich hab jetzt ein Schwert, das hat Schärfe-2 und Verbrennung-1. Okay, weil ich hab jetzt gerade schon zwei Schärfe-2-Schwerter gecraftet und wenn ich die zusammenpacke, müsste ich eigentlich ein Schärfe-3-Schwert bekommen. Das wär dann schon sehr, sehr nice, Leute. Das war's auf jeden Fall für heute mit Team Quasi-Dodo. Wenn's euch gefallen hat, drück den Daumen nach oben, checkt auf jeden Fall den Tenendo aus. Der ist unter der Beschreibung verlinkt. Es läuft übel gut, Leute, es läuft übel gut. Wir haben einen Brust-Hanisch, du brauchst auch nur noch einen einzigen Dia, dann hast du auch Brust-Hanisch. Dann sind wir echt schon diamantenmäßig nicht schlecht ausgerüstet. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Krasse Boys. Nice, Alter, es läuft. Dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen. Voll. Ich bin auch morgen dann direkt direkt. Du musst morgen dann direkt weitermachen. Morgen müssen wir ballen. Morgen müssen wir direkt ballen. Ballen, ballen on the river. Bis dann, Leute, macht's gut. Bis dann, take this, it's your name, das lebt zu ernst. Oh, tschüss. Tschüss.